Herzlich willkommen zu unserem dritten Video. In diesem Tutorial werden wir euch Schritt für Schritt zeigen, wie man Datenflows deployen und nach dem Deployen bearbeiten kann. Generell werden keine Datenflows, sondern Versionen von Datenflows deployed. Wir haben hier unser Beispiel Flow und darunter die erste Version, die wir in den vorherigen Videos erstellt haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Version zu deployen. Über die drei Punkte gelangen wir über Managed Deployment auf das entsprechende Fenster. Hier werden alle ADP-Notes der Organisation zusammen mit ihrem Status aufgelistet. In der Liste kann man nun auswählen, auf welchen ADP-Notes die Datenflow-Version deployed werden soll. Bevor wir den Flow nun tatsächlich deployen, schauen wir uns noch die zweite Deployment-Methode an. Dazu öffnen wir den Datenflow im Flow Studio. Über den Tab hier oben und dann unter Managed Deployment, öffnet sich wieder das gleiche Fenster, das wir eben schon gesehen haben. Sobald man die gewünschten ADP-Edgenodes ausgewählt hat, wir nehmen jetzt in unserem Beispiel die Node Wall of Sales 21, kann man das Deployment über Deploy Best Version starten. Dass das Deployment erfolgreich war, können wir nun auch unter dem Reiter Deployment sehen. Hier findet man die ADP-Edgenodes und den Status der deployten Datenflow-Versionen. Diese sollte, wie hier auch, nun auf gestartet und aktiv stehen. Über den Tab Manage der Nodes bekommt man eine Übersicht, welche ADP-Edgenodes momentan aktiv sind und welche Versionen von den Datenflows samt Zustand auf den jeweiligen Nodes deployed sind. Wenn wir auf unsere Beispiel-Node gehen, finden wir hier wieder unsere eben-deployten Beispielflow und können auch hier sehen, dass er erfolgreich gestartet wurde. Wie schon erwähnt, kann man eine Datenflow-Version, sobald man sie einmal deployed hat, nicht mehr ändern. Das sieht man an dem kleinen Auge hier rechts. Aber man kann eine neue Version basierend auf dem Datenflow erstellen und das geht ebenfalls über die drei Punkte und dann New Draft from Version. Damit wird eine Kopie erstellt, die Beschreibung kann angepasst werden und dann mit Save eine neue Version erstellt werden. Diese wird nun auch unter dem Datenflow angezeigt. Abonniert sind, dass sich die